Nein, er wurde nicht leveled ab. Ja, okay, nochmal. Der Sport wie klein. Ja, das ist er nicht. Lecks. Leck. Ja. Oh, der Arme. Oh, der ist voll süß. Oh, Mann, ich schau zu. Guten Tag, die Welt geht. Er so nö. Ich denke, bohnt. Pech. Ich bin aus dem Boden rauskommt, Tasch, ne? Ah! Oh Gott, okay. Das fliegt sich. Ja, dann kriegt der ja keinen Schaden. Ja, eben, der kann uns später alle wiederbeleben. Hey, Buck, Uses. Ja, Tasch, gut. Oh Gott, okay. Ach schon, nein. Das will ich praktisch nicht. Leck nicht. Lass mal aus der Ecke rauslaufen. Ach, ich bin da. Oh, mein Boden drin, okay. Oh, der Bastard. Oh, da steckt wieder ein Bastard in den Boden. Da steckt wieder. Oh, Kirsche, meine Kirsche. Ich bin fast tot. Da sieht man, wer am meisten macht. Ja, da sieht man, wer nicht dodgen kann. Du und Torsten. Da steckt wieder einer. Torsten springt wieder nicht. Hat's geschafft. Ich komm wieder hin. Ich bin so tot. Wo bin ich? Oh Gott. Boah, lags. Oh, wenn ich hab lag. Oh, andere Spieler. Warte mal. Wo bin ich, Alter? Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Erstmal J-Downloader zumachen. Einer ist, einer ist, äh, der Gelb ist wieder geheilt worden. Nee, er lädt nicht. Boah. Wenn ihr ein guter Server Oh Dennis Ja? Level Up Nicht schlecht, nicht schlecht Boah voll cool Der Ander springt die ganze Zeit hoch und drückt Doppel A Und drückt voll die Spikes ab Ich hab dir einen gerätzt Aber nicht mich Wenn ihr die ganze Zeit durchspamt Dann hier hat er zwar wenig Leben, aber er lebt hauptsache wieder Ja ne, er muss genau in der Mitte treffen Naja, wenn du die ganze Zeit durchspamst Wenn du die Hauptsache wiederbelebst und es wird angriffen Und es wird unterbrochen, weißt? Achso, ja, wenn du durchspamst Mach er das mal die Gegner, und danach hast du ihn wiederbelebt Da ist ein Boss! Willst du dich verarschen? Achso, seid ihr grad mal ein Boss? Nein, wir haben den geschafft beim ersten Versuch, also leicht war Den hab ich noch mit dem ersten Versuch geschafft Cool für dich Hallo Lars, doch voll gut Wir können nichts sagen Er trinkt was! Oh nein Das ist böse! Er macht doch, er trüsselt feiern Und so weiter fliegt nach hinten Alter, ich bin down Ich drück's doch wieder an Zeit, ja Ah Haben wir verloren? Ne, Nahrer, voll leben Du steckst den Boden Du steckst den Boden Spam jetzt Y durch Und eine Person auf Y durchspam Am besten an mir Ey, einer lebt wieder Tor lebt Ja, grad will Gut gemacht Oh, die gehen lecks Das Slowmo Ich lebe wieder Mein Paddock darf sterben Ja, mein Bruder blickst dich, lass ihn kurz Ah, ich lebe wieder Thank you Oh, wir schaffen ihn sogar Komm schon, den schafft ihr, Jungs Ich weiß nicht, wo ich bin Aber okay, wir schaffen ihn Ich und Thorsten schlagen Die kleinen Viecher, die da vom Publikum Ja, auf den Too easy Oh, meine Kiste, meine Kiste Den können wir nicht öffnen Den geht nicht auf Äh Achso Oh Wusste ich Geh alles dazu Oh Oh Nein Eck Money back Genau, jetzt kommen lecks Ey, also Witz ist Wenn ihr den Boss getötet habt, dann könnt ihr gegen die Prinzessenschläger Also wird dann Wer wenigstens lebhaft abgestellt Aber wir müssen jetzt gegenseitig kämpfen Nein Nein, oder? Ich bin raus Good luck Ich töte, ich kill Thorsten Warte, Thorsten ist fast tot Nein, ich bin bei Thorsten, ich bin im Team Ja, ey, es gibt keine Teams Am Ende müsst ihr euch gegenseitig töten Oh Gott Alter Denny Denny, 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 Denny Ich bin friedlich, dass die machen Denny, ich springe hier so hoch Ja, aber meistens Was fix? Was weiß? Ah, jetzt war gar nicht der Knopf Jummi, 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 Jummi Warum geht der frisch? Der soll voll dem, Denny, Denny, das ist Ich bin tot Er hat mich geköpft Er ruht und so Aber schon Finale Dennis ist der Chicks Terminator Er holt sich die Bitches Wir treffen Das ist kein Das ist mal Nein Ich bin tot Nur weil er die meisten Leben hat Oh, ho, 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 ho Oh, ho, ho, ho Was hast du jetzt davon? Gar nichts Oh, ho, 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 ho Oh, hier Ich hab voll viel bekommen Oh, ho, 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 ho Ich bin viermal gestorben Oh, ho, 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 ho Neue Karate vorgeschalten Oh, den Grauen Ja, voll cool, da bin ich Nein, Spaß Rauch ist der wieder skilled Ach, der war schon mal gar nicht geskillt, Ben Nein, ich hab vorher nicht geskillt Pfff 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 Was ist das für einer? Oh, er ist schon wieder hoch Ja, cool Und mit welchem Knopf schießt man? Goshi Mal weinen Goshi Mit B Mit was? B Alter, sind es viele Aaaaah Oh, ho, 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 ho Das macht eigentlich voll Spaß Ich seh mich nicht, ich seh mich nicht Wo bin ich? Ah, ich spring immer hoch Die Musik ist voll fresh Da kommt noch einer raus Komm doch schon raus Ich weiß, dass sie da bist Diese Dinger, die sehen aus wie die Waldgeister bei Tororo Hast du Stoß bekommen, Dennis? Das wollte ich Einen Ast hab ich Ah, wollte ich dann Er ist scheiße Ich behalte meine Staniwaffe Die ist das beste Das beste Leben Zu Tost Das blöd Oh Wow Bitte müssen wir gegen dich kämpfen Der hat Angst Guck mal mein Leben an Wieso habt ihr alle voll Leben und ich hab Ein Millimeter Er scheißt dich ein, weil wir alle grad Level Up geworden sind Ah Der Bär scheißt dich ein Alter, der ist geklaut Der Geldzack her und dann kriegst du Thorsten trotzdem Penner Alter, was für Boss? Wo hab ich denn Boss leiste? Ich seh keinen Oh Gott, was ist das? Ah, der Boss ist easy Du sagst es bei jedem Boss und nicht sterb der trotzdem Erste, der kann mal kommen Der ist verpackt Der ist verpackt Voll der nette Voll der nette Bus Ja, Mann, voll nett Was hab ich bekommen? Sprinten Ich kann mal sprinten Ja, Benni, weißt du was, wie man Magie einsetzt? Nö Oh Hey, leid, lass mich Cash mitnehmen Oh Ja, weiterlaufen Nein Oh, da kommen die scheißenden Tiere wieder Eheh Eheh Man glaubt schon wieder eine Scheiße Ehm, Leute Leute Hört mal zu Einer hat das Glück auf einen scheißenden Rentier zu reiten später Ja Ich Leid mich grad drauf Ich will Ich will das scheißen Ja Voll nett Oh Kämme jetzt gegen das Auge Oder gegen den Mund Ja Ich hab Alter, wir sind auf scheißenden Rentieren Wer hat das scheißen Dennis hat das scheißen Ja, ihr habt scheißenden Rentieren Alter Er hat springen müssen Ähm Ähm Benni, man kriegt dort einen Erfolg, wenn man dort nicht gut getroffen wird von irgendjemand gewarnt oder sowas Geht nicht Ich bin schon im Passel Das Wenn man das schafft, kriegen wir dann einen Erfolg Ich bin schon im Passel Ich bin schon im Passel Ich bin schon im Passel Das Ich bin schon im Passel Nee, ich hab den Erfolg schon bereits Ich hab den Erfolg Ich hab den Erfolg Du bist ausprobiert gelernt, Alter Ist tot Ich bin tot Echt jetzt Dennis Alter, Taschen auf Nein, es sind wir jetzt Soll ich verarschen? Oh, nur noch Patrick Nur noch Patrick Nur noch Patrick Wechsel auf scheißende Rentier Dich auch daumen? Ja 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 Oh Gott Ja, okay Lebe ich wieder? Und nein, geht noch mal sowas, oder was? Hä? Oh Ich wollte ja mal da hoch springen Ganz ernst Oh, das Karpator Oh, das Karpator Ich wurde auch gerade Karpator Ich wurde auch gerade Karpator Alter, ich bin schon der Und ich fang alles Ich bin so blöd zum Dodgen Egal, ich krieg ne Birne Der ist halt nicht verdient Ey, hier kommt Wolf Wie? Was ist das eigentlich? Kann wir fighten? Ich kann es hoch springen In der Luft kann man fighten, gell? Wow Ey, war da gerade einer auf dem Hight drauf? Oh, ich kann Oh, jawoll Ich bin auch ein Hight drauf Ah, die haben so'n Level-Ding, oder? Ja, ja, auch so'n Level-Ding Ein Ding Eine Säge Leute, Leute Ein Fisch Oh Rainbows Oh, das Teil hab ich ja schon Ey, der macht auch Rainbows Yes Wieso darf ich das nicht nehmen? Nein, was hab ich die Waffe genommen? Nein Oh, es gibt so viele Waffen Ich hab keine von den Scheißdingern Ich will kein Light-Dingern Ich will kein Light-Dingern Oh, ein Hut Oh, ein Hut Das ist eigentlich die Hauptwaffe Das ist die Hauptwaffe von dem Pinken Oh, Gott Oh, hier sind wir am Schluss angekommen Ja, das war Schluss Äh, plus drei Und minus eins Dahin gibts dann ne bessere Waffen Es gibt Es geht noch weiter Verarschen wir eigentlich Nein, ich Ich glaube Da gehts nicht weiter Ja, guck, geh mal zurück Ja, guck, geh mal zurück Patrick, gehst los Was machst du? Was ist? Jetzt kommt, geht Patrick Was ist das für ein Vieh? Patrick, komm jetzt her Ich find's echt mehr witzig Äh, oh Ich hab zwei Bokkuli als Waffe Die Bokkuli könntest du sie nicht nehmen Bokkuli, Bokkuli Nein, ich kann's sie nehmen Warum nicht? Keine Ahnung Ich glaube, wegen dem DLC Deswegen dem DLC, was ich wahrscheinlich hab Iiiiih Dennis, du Bastard, lauf jetzt Ja, ich will nur gucken, was wir so für Waffen Das ist der Waffe Oh, das ist gut Ich will zurück, ich will zurück, ich will zurück Zeig, ich will es aussehen Das dann Ab Level 20 erst Ab Level 20 heißt das Zeig, was meinst du? Da hast du gerade recht Mach du sechs Zauber Oh Was für Level 4 Ich kann ja fast nichts kaufen Außer Level 1 der Sachen Level 5 oder so Ich hab sie noch nie mal freigeschaltet Ja komm, geh mal raus Nein, Müll Patrick, du bist Ja komm, von mir ist geh mal raus Hatte ich ja nichts mehr zu suchen Ach, schade Oh, gibt's in dir richtig was? Soll ich gerne mal wissen Gibt's da drin was? Äh, warum geh ich schon rein? Das sind meine Tiere nur Lasten Oh, darf ich das nehmen? Ich nehm den da Nein, ich will sie leider nicht Ach, ich hab den Hund Das ist der von, das ist der von, äh Angry Birds Der Pender Oh Gott, was ist das für ein Viech? Das ist das Vieh aus SpongeBob Dieses, dieser 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 Bärfisch da Dann kann ich die nicht nehmen Schau mal Ich will die haben Ne, wir haben sie noch nicht gefunden Deshalb, ihr müsst das nicht Nein, wir müssen sie jetzt haben Ich will sie jetzt sofort haben Sonst schlage ich dich Oh, eine Schnecke Eine fliegende Schnecke Na, alle Bär Oh, ein Affe mit Oh, das ist Deadmaw5 Oh, Patrick Ich hab herausgefunden Wie man sprintet Schau, schau was ich kann Patrick Was? Warte, ich lass hier reingehen Ich hab's gleich auf Kann man nicht Ich hab's gleich auf Man muss erst mal Alle Tiere freischalten Ich hab's doch gleich auf Warte doch noch kurz Hast du nicht? Wie kann man, wenn? Wie kann man wechseln? Keine Ahnung Ähm Wie drückst du dann? Achso Man muss einfach eine Zeit lang rennen Und dann W drücken halt Ich hab's R gefunden Ich hab eine Schaufel Oh, voll die schöne Musik Was ist das für ein hässlicher Hund? Dein Vater Man kann auch Tiere wegschmeißen Das ist ja fies Oh nein, irgendein Double drückt jetzt wieder irgendwelche Knöpfe Ey, ich will erst mal gucken, wo ist Ja, war doch zuletzt hier vorne Hier, das Einländer verkackt tausendmal Das da hier, wo wir jetzt stehen Das da Wo wir jetzt stehen, wir laufen die ganze Zeit Ey, hör doch mal auf Ich mach einen gar nicht, sag's euch Ey, das ist... Hä? Das ist wie bei Gary's Mod Wer ist der Traitor? Das ist jetzt... Wer läuft? Okay, wer ist das rein? Hey, wo sind wir? Ey, wir fighten jetzt Nein, ich will nicht Lass uns zusammenspielen Ja! Oh! Boah, ich esse! Ich esse! Äh... Leute, der eine cheatet Nee... Nicht ganz Ich beessen Ey, nicht mich fokuss Wo sieht das aus? Lauf! Wie springen wir nochmal? Ah, das hast du Los, meine Kuscheltiere! Töte sie! Los, meine Kuscheltiere! Ey, Leute, lass doch mal Zivilianzist gegen Lars gehen Ey, du... Wohin? Jetzt denkst du nicht, wer du bist? Ich leute tanzen, weil er da drin ist Oh, jetzt bist du eingefroren! Und jetzt? Und jetzt? Entschiedet weiter! Entschiedet! Ja! Ja! Gib mir erst mal Lass, komm, mein Eiszaft! Das ist safe! Lass, du cheater! Eiszaft, hieftest! Level 14! Oder so! Nee, das ist doch nicht Level 1000 ist er Level 1 ist er Nee, Level 14 1 heißt er ist Player 1 Ben, lass zusammenspielen! Nee, ich bin tot! Na schau früh! Nein! Lass deine Läuche schwenden! Er schlägt! Schau, ich grinst du so hässlich! Er grinst dich hässlich! Ich tu nach Witzen grafen! Ben, ich schaffst du, er kann nix! Lächel nicht so! Ben, ich komm schon! Fress ihn auf! Fress ihn auf! Fress ihn auf! Was ist das? Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh so ein Cheater! Beton, Nerf, ONG! Ja, schau ja! Geh weg! Geh weg! Geh weg!